Was soll ich bloß nach der Schule machen? Ausbildung oder Studium und wo? Genau das fragt sich auch Nathalie. Ja, also ich möchte gerne etwas im Bereich Gastronomie machen und dachte vielleicht an Hotelfachfrau, aber ich weiß jetzt halt noch nicht, wo ich genau meine Ausbildung machen möchte und hoffe, dass ich jetzt das Passende für mich im Internet finde. Wenn man im Internet das Stichwort Ausbildung zur Hotelfachfrau eingibt, ist die Auswahl riesig, aber unübersichtlich. Wenn man sich hier überall durchklicken müsste, würde das viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein guter Tipp ist da die Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer, jetzt auch bundesweit. Wir haben ja die besondere Situation in diesem Jahr, dass wir im Bereich der IHK Cottbus 1.300 Ausbildungsplätze bereits gemeldet bekommen haben. Und in diesem Jahr wird jeder Jugendliche, der die Schule verlässt, einen adäquaten Ausbildungsplatz finden. Und wer hier in der Region nicht zurechtkommt, kann dann mittels der bundesweiten Lehrstellenbörse bundesweit recherchieren, um zu gucken, wo er eine gute, für ihn geeignete Ausbildungsstelle bekommt. Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsplatz. Die neue Plattform ist ein gemeinsames bundesweites Projekt der Industrie- und Handelskammern. Mehr als 21.000 Lehrstellen in rund 450 Berufen sind derzeit online im Angebot. Also ich habe auf jeden Fall ganz viele Städte und Unternehmen gefunden, wo ich meine Ausbildung zur Hotelfrau machen könnte, wie zum Beispiel in Dresden oder München. Und jetzt werde ich mich bewerben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.